Wirst du es in der Erwägung ziehen, mal ein Video zu machen, in dem du erklärst, wie du die Karten als erstes maxen solltest, falls man noch nicht maxen level ist, beziehungsweise wie man nicht maxen, wie man nicht maxen, wie man nicht maxen, wie man trotz, wie man trotz nicht maxen, trotz, what the fuck? Wie man mit nicht maxen Karten trotzdem das Beste rausholen kann, stecke nämlich bei 5000 bis 5300 Trophäen fest und danke für so geile Streams, du Wambologe, danke für den Support, alter, das war schwierig.